hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video mein name ist torben und heute gibt es wieder eine erection und zwar raf camora featuring luciano all night heißt der track ist jetzt vor drei tagen schon rausgekommen am 30.3 ist sogar platz eins in der kategorie musik ich würde sagen voll wird und direkt rein oder was passt auch vom sound ist doch miami oder denk ich mal miami florida könnte sein oder könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben sehr sehr geiler part von raf camora das ist ein geiler party track finde ich irgendwie also kann man gut im club hören aber auch abends wenn man irgendwie mit dem auto unterwegs ist oder so definitiv geil das video auch sehr fresh auch hier mit den effekten und so weiter ich habe kurz gedacht da steht ravioli bruder oh mein gott variwoli das ist irgendeine marke ja ok jetzt fängt luciano an das war anscheinend die hook voll chillig sehr sehr geil wie er float sehr sehr nice also mal wieder ein bombenbrett hier von luciano die bergs msl wie den und für zwei in cipriani meine guapa baby meine guapa seht ich noch zu mal noch zu wo aber sagt mir was ich tun nicht noch zu mal Junge, Junge, was ein Video, ey. Sehr, sehr geil. Ich will hier nochmal ein bisschen zurückgehen. Alter. Als wäre das so in der Wüste und jetzt kommt so eine richtige Staubwolke, Wüstenwolke. Junge, Junge. Der Beat auch sehr, sehr cool, muss ich jetzt auch endlich mal sagen. Also habe ich ja extrem, auch diese Pitch Voices im Hintergrund. Sehr, sehr geil. Cooler Track. Hat richtig gut gepasst irgendwie. Der Beat. Luciano, Rav Camora, ey. Mega krass. Wir haben doch schon irgendeinen anderen Track gemeinsam. Ich glaube, CB heißt der, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Also auch ein mega geiler Track. Ebenfalls wie dieser hier. Sehr, sehr cool. Genau. Dann würde ich mal sagen, ab hier unterbrechen wir die Reaction. Wenden sie. Falls euch diese Reaction gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, Like und einen Kommentar da lassen. Schreibt mal gerne rein, wie ihr den Track findet. By the way, ein Abo ist kostenlos. Würde mich also persönlich freuen, wenn ihr kommentiert, liked, abonniert. Habt noch einen schönen Tag. Schöne Anfangswoche. Euer Torben.